Ja, liebe Freunde, es gibt nächtliche Neuigkeiten. Nächtlich, weil das ist aus den USA. Ich weiß, das wird man wahrscheinlich durch Medien sowohl in den Vereinigten Staaten wie in Deutschland unterdrücken. Und ehe ihr jetzt glaubt, ich saug mir hier was von irgendeinem Internetspinner aus den Fingern. Die Leute, die das gepostet haben, ich muss mal gerade nachgucken, sind das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten, der Ausschuss für Justizfragen. Also das ist aus dem Repräsentantenhaus der USA, der Ausschuss für Justizfragen und die Mitglieder in diesem Ausschuss der Republikanischen Partei haben diesen Brief von Meta an die, an selbiges Department, also an selbigen Ausschuss von gestern, dem 26. August 2024 geschrieben. Ich habe den durch einen Übersetzer geschickt. Ich weiß nicht, wie ich, ob ich irgendwo, dass die JPEGs, die Bilder irgendwo hochladen kann und sie verlinken kann. Ich lese den Brief von Mark Zuckerberg an den Ausschuss für Justizfragen einfach mal vor, weil der spricht für sich. Anschrift ist von Meta, muss man nicht wissen. Ich schätze das Interesse des Ausschusses an der Inhaltsmoderation auf der Online-Plattform. Wie Ihnen bekannt ist, hat Meta tausende von Dokumenten als Teil ihrer Untersuchung bereitgestellt und mehrere Mitarbeiter vertranskribierte Interviews zur Verfügung gestellt. Im weiteren Verlauf unserer Kooperation mit ihrer Untersuchung möchte ich die Gelegenheit nutzen, zu teilen, was ich aus diesem Prozess gelernt habe. Es wird derzeit viel darüber gesprochen, wie die US-Regierung mit Unternehmen wie Meta, das ist der neue Name von Facebook, wie Meta interagiert und ich möchte unsere Position klarstellen. Unsere Plattformen sind für alle da. Wir setzen uns für freie Meinungsäußerung ein und ermöglichen eine sichere und gesicherte Verbindung. Als Teil davon hören wir regelmäßig von Regierungen und binden die Welt und andere Akteure mit verschiedenen Ansichten und öffentlicher Diskussion über die öffentliche Sicherheit ein. Im Jahr 2021 übten hochrangige Beamte der beiden Regierungen einschließlich des Weißen Hauses wiederholt Druck auf unsere Teams aus, bestimmte Covid-19-Inhalte zu zensieren, einschließlich Humor und Satire und äußerst viel Frust, wenn unsere Teams nicht zustimmten. Letztlich war es unsere Entscheidung, ob wir nachgeben oder ob wir unsere eigenen Entscheidungen treffen und wir haben die Covid-19-bezogenen Herausforderungen ohne diesen Druck bewältigt. Ich glaube, der Regierungsdruck war falsch und ich bedauere, dass wir uns nicht mehr aufgrund dieses Drucks behauptet haben. Mit der Weisheit, der Nachsicht, also der Rückschau und neuen Informationen würden wir heute keine Entscheidung mehr treffen. Wie ich damals zu unserem Team sagte, fühle ich stark, dass wir unsere Inhaltsstandards nicht aufgrund von Druck aus irgendeiner Regierung kompromittieren sollten und wir sind bereit, erneut Widerstand zu leisten, sollte so etwas wieder passieren. In einer separaten Angelegenheit warnte uns das FBI vor einer möglichen russischen Desinformationskampagne über die Biden-Familie und Burizama im Vorfeld der Wahl von 2020. Im Herbst, als wir eine New York Post-Story über Korruption im Zusammenhang mit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl sahen, sandten wir die Geschichte an Faktenprüfer zur Überprüfung und setzten sie temporär aus, während wir auf eine Antwort warteten. Seitdem haben wir unsere Richtlinie und Prozesse geändert, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert. Beispielsweise demontieren wir in den USA nichts mehr temporär, während wir auf Faktenprüfer warten. Neben der Inhaltsmoderation möchte ich Beiträge ansprechen, die ich während des letzten Präsidentschaftswahlkampfzyklus zur Unterstützung der Wahlstruktur geleistet habe. Die Idee dabei war, sicherzustellen, dass lokale Wahlbehörden im ganzen Land die Ressourcen hatten, um den Menschen zu helfen, während einer globalen Pandemie sicher zu wählen. Diese Beiträge erfolgten durch die Chan Zuckerberg-Initiative. Sie waren darauf ausgelegt, um parteiunabhängig zu sein und sich auf städtische, ländliche und Vorortgemeinden zu verteilen. Trotz der Analysen, die ich gesehen habe und die zeigen, dass diese Arbeit einer Partei mehr genutzt hat als der anderen, weiß ich, dass einige Leute glauben, dass diese Arbeit einer Partei über die andere begünstigt hat. Mein Ziel ist es, neutral zu bleiben und nicht eine Seite zu bevorzugen oder auch nur den Anschein zu erwecken, eine Rolle zu spielen. Daher plane ich nicht, in diesem Zyklus des Wahlkampfes einen ähnlichen Beitrag zu leisten. Hochachtungsvoll, Mark Zuckerberg, Gründervorsitzender CEO MetaPlattforms Wir erfahren hier, um es ganz kurz zu fassen, drei Dinge. Erstens, die Biden-Harris-Regierung hat Facebook unter Druck gesetzt, die Plattform zu zensieren, also Facebook. Zweitens, Facebook gibt zu, amerikanische Bürger und auch andere, so das Haus natürlich, also der Post betrifft natürlich nur, weil es Amerikaner, interessiert sich natürlich das Justizausschuss nur für Amerikaner. Facebook hat Amerikaner zensiert, natürlich auch andere, aber es ging um den Wahlkampf. Und drittens, es wird eingestanden, Facebook hat die Geschichte mit Hunter Biden, vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran noch, dass ihm mit dem Laptop etwas unterstellt wurde und die offizielle Regierung, die Biden-Regierung, hat behauptet, das sei eine russische Verschwörung, was es nicht war. Und Facebook hat alle Posts diesbezüglich gestrottelt, wie sagt man, runtergefahren. Das wird von Mark Zuckerberg in seinem eigenen Schreiben hier eingeräumt. Hiermit ist erstmals ein Dokument von einem allerhöchsten aus den Kreisen der Nichtregierung, nämlich Mark Zuckerberg, in dem eingeräumt wird, es gibt ständig Druck der amerikanischen Regierung auf Facebook, was sie posten und was sie nicht posten, was sie zensieren, was sie nicht zensieren sollen, was sie hoch sichtbar machen sollen und was eher so, wie soll man sagen, Shadowbanning, also was so weniger angezeigt wird. Am Schluss hat Mark Zuckerberg auch gesagt, dass er bei diesem Wahlkampf eine solche Bevorzugung einer Seite nicht mehr machen wird. Ich weiß, das klingt erstmal nach nicht viel, aber es ist meines Erachtens doch eine ziemliche Granate, wenn ich das... Und das ist, ich bringe auch den Link auf Twitter, beziehungsweise X, das ist wie gesagt House Judiciary, GOP, also GOP ist die Abkürzung der Republikaner, weil ich mich vorhin versprochen habe. Also GOP heißt Grand Old Party, das ist der offizielle Name der republikanischen Partei. Und an den Vertreter dieser Partei, Jim Jordan, der im Ausschuss, der Vorsitzende im Ausschuss für Justizfragen im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten ist, wurde gestern dieser Brief geschickt. Ich werde sehen, wie ich den als PDF habe ich ihn schon gepackt, wie ich den auch unten... Ich pinne das vielleicht im Kommentarbereich an, weil ich will das Video erstmal hochladen. Ich lasse es bei dieser Kürze, ja, das ist erstmal alles, was ich jetzt weitergeben wollte.